Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Hast du schon mal einen Menschen mit solchen Eckzähnen gesehen? Oder einen mit solchen Vorderzähnen? Nein, denn das menschliche Gebiss sieht anders aus. Es ist an die Art der Ernährung angepasst. Es gibt aber Säugetiere mit spitzen langen Eckzähnen und solche mit stark vergrößerten Vorderzähnen. Welche Tiere das sind und warum sie genau diese Art von Gebiss brauchen, lernst du in diesem Video. Unter den Säugetieren gibt es zum Beispiel Pflanzenfresser, Raubtiere, Nagetiere und Insektenfresser. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.